Der Sänger der US-Rockband ist am Donnerstagmorgen, Ortszeit, tot in seinem Haus in einem Vorort von Los Angeles gefunden worden, bestätigt ein Sprecher der örtlichen Gerichtsmedizin. Über die Todesursache machte die Behörde zunächst keine Angaben. Der Vorfall werde untersucht. Der 41-Jährige kämpfte seit Jahren gegen Alkohol und Drogensort, auch über Depressionen sprach er in der Vergangenheit öffentlich. Mit seiner zweiten Ehefrau Terlinda Ann Bandley war den Inkton seit 2005 verheiratet. Aus dieser Beziehung und einer früheren Ehe stammen sechs Kinder. Ende Juli wollte die Band mehr ihrem aktuellen Album One More Light auf Tournee gehen. Linkin Park gehört zu dem kommerziell erfolgreichsten Rockband der Welt. Die Musiker veröffentlichen mit den Titeln Find und End mehrere Nummer 1 Hits. In Deutschland schaffte es die Band mehrfach in die Top 10, unter anderem mit dem Stücknam Schrägstrich Anchor, das Linkin Park gemeinsam mit dem US-Rapper JZ aufnahm.